Alles was zählt, Nathalie fliegt auf so reagiert Maximilian auf den Verratpunkt. Bei Alles was zählt kann Nathalie ihr Geheimnis nicht länger für sich behalten, mit bitteren Folgen für Maximilian. In der Jubiläumswoche von Alles was zählt platzt eine Bombe nach der anderen, Janik wandert ins Gefängnis, Nathalie kehrt nach Essen zurück und ihre angebliche Abtreibung hat nicht stattgefunden, Nathalie ist in Mexiko tatsächlich Mutter geworden. Alles was zählt, Nathalie erfährt von ihrem Enkelkind. Eigentlich wollte die Krankenschwester das Kind nicht, da sie ohne ihr Wissen die Eizelle von Isabelle erhalten hat. Zuvor war die mit Maximilian einen Deal eingegangen, damit Nathalie doch noch schwanger werden kann. Harter Tobak, doch trotz der Umstände hat sich Nathalie doch für das Baby entschieden. Während ihres Aufenthalts in Essen konnten Nathalie nicht länger ihr Geheimnis bewahren und präsentierte Isabelle ihren Sohn Diego. Gleichzeitig nahm sie ihrer Cousine aber auch das Versprechen ab, Maximilian nichts davon zu erzählen. Denn die Krankenschwester hat längst entschieden, dass sie so schnell wie möglich wieder zurück nach Mexiko möchte, mit oder ohne Isabelle. Bevor sie den Rückflug antreten kann, steht allerdings unvermittelt Simone Steinkamp vor der Tür, die sicher gehen will, dass Maximilians Intuition, dass Nathalie wieder ein Essen ist, nicht richtig sein kann. Kurz bevor Simone wieder verschwindet, hört sie Nathalies Sohn durch das Baby von und kann nicht glauben, dass sie doch Großmutter geworden ist. Maximilian erfährt von Nathalie und dem Babypunkt bei der Begegnung mit ihrem Enkel nimmt Nathalie ihr das Versprechen ab, Maximilian nichts von seinem Kind zu sagen, ein großer Vertrauensbruch zwischen Mutter und Sohn, der Folgen haben dürfte, in der RTL-Vorschau ist zu lesen, wie Maximilian auf das Geheimnis reagieren wird. Maximilians Hoffnung auf Aussöhnung wird zunichte gemacht. Der Grund zieht Maximilian endgültig den Boden unter den Füßen weg, heißt es in der Folge vom 19. September. Ob er die Wahrheit von seiner Mutter oder direkt von seiner Ex-Frau erfährt, bleibt dabei offen. Klar ist aber, am Reihards Auftritt im Jubiläum war nur ein kurzer Gastauftritt, erst jetzt im September kehrt sie wieder als Hauptrolle vor der Kamera zurück. Untertitelung des ZDF für funk, 2017